Ja, hi. Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Podcast Teil 3 in der Reihe Gebet. Und heute geht es um etwas, was Paulus schreibt und zwar in seinem Brief an die Epheser. Epheser 6, Vers 18 bis 20. Das möchte ich dir erstmal gern vorlesen. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Bittet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Also erst einmal kann ich das, was Paulus hier schreibt, aus tiefstem Herzen auch so mitsagen, selber sagen. Er bittet ja darum, dass die Gemeinde in Ephesus für ihn betet, dass er eben das Evangelium ganz unerschrocken verkünden kann. Und ich merke auch selbst in jeder Vorbereitung einer Predigt oder eines Podcasts oder einer Andacht oder was auch immer, dass ich mir das wünsche, dass ich die richtigen Worte finde, dass ich zum einen selbst Gottes großen Rettungsplan immer besser verstehe, ihn dann aber auch so weitergeben kann, dass andere Menschen es besser verstehen. Und Paulus nun, der sitzt im Gefängnis und er ist in dem, was er mit ganzem Herzen und mit ganzer Leidenschaft tut, ja, blockiert. Er kann nicht hingehen zu den Menschen. Er kann nicht auf die gewohnte Art und Weise von Gott reden, von Jesus erzählen. Und so sagt er, betet für mich, dass ich auch in dieser herausfordernden Zeit die richtigen Wege finde, die richtigen Worte finde. Und was ihm bewusst ist, dass solange andere nicht für ihn beten, wird alles, was er tut, letzten Endes keinen Sinn machen. Und wenn er ohne Gebet losgeht, ist es wahrscheinlich eben auch vergebens, sein Einsatz für Gott. Und ich finde es schon irgendwo auch seltsam, dass selbst das, was wir für Gott tun, ohne Gebet nichts bringen wird. Auch hier denke ich wieder, dass es ein Geheimnis bleibt, ein Rätsel ist, was Gebet bewirkt und wie es eigentlich funktioniert. Aber es ist etwas ganz Praktisches, etwas, was du tun kannst und was ich tun kann. Dazu fordert Paulus ja auch auf, betet für mich. Der Erzbischof William Temple, der hat mal gesagt, es ist ganz egal, ob man jetzt denkt, das Gebet funktioniert oder ob man das eben nicht denkt. Ihm selbst ist aufgefallen, dass Zufälle passieren, wenn er betet, wenn er gebetet hat. Und wenn er aufgehört hat zu beten, dann haben auch diese Zufälle aufgehört. Und das passt zu dem, was ich mal über einen erfolgreichen Golfspieler gelesen habe. Jemand sagte mal zu dem, sie haben einfach nur richtig viel Glück, dass sie so gut sind, wie sie sind. Und dann hat er kurz nachgedacht und zugestimmt. Aber dann meinte er, mir fällt auf, je mehr ich übe, desto mehr Glück habe ich. Und ich glaube, dass es eben auch so im Gebet ist, dass unsere Gebete etwas bewirken. Tempel, also der Erzbischof, der hat natürlich nicht geglaubt, dass das Zufälle sind, die da geschehen. Also das, was als Antworten auf seine Gebete passierte. Er war sich bewusst, dass das Gott handelt, dass Gott gehandelt hat. Und das sieht auch Paulus so. Er weiß, also Paulus weiß, dass die Gebete anderer viel bewirken und dass er sie braucht. Und dabei ist es Paulus egal, ob das ganz junge und unerfahrene Christen sind oder welche, die schon ganz weit im Glauben sind oder irgendein Pastor ist. Das ist ihm egal. Ein Gebet hängt nicht von der Person ab, die es ausspricht. Dann sagt Paulus uns aber auch, dass wir in unserer Erwachsamkeit nicht nachlassen sollen und dass wir ausdauern sein sollen im Gebet und beharrlich. Und ich stelle fest, dass das mir selbst gar nicht so leicht fällt. Also diese Ausdauer zu haben, von der er hier spricht und auch diese Beharrlichkeit zu haben. Und es gibt so viele Tage, an denen mein Gebet so nebenher geschieht. Also so über den Tag verteilt. Und das ist nicht verkehrt. Das ist gut so. Aber ich glaube, das ist, als wenn man sich immer nur von trockenem Brot ernährt. So ein richtig gutes, kochtes Essen ist etwas anderes. Und so ist es auch mit dem Gebet. Wenn wir auf diese Art und Weise beten, beharrlich und ausdauernd und dranbleiben, dann wird Gebet die volle Power, die volle Kraft entwickeln und zeigen. Also was kann dir helfen, was kann mir helfen, dass Gebet im Leben mehr Raum bekommt, dass es wichtiger wird, dass wir auf diese Art und Weise beten, wie Paulus das hier sagt. Also was kann uns dabei helfen? Ich möchte erst mal eine Frage stellen, die wichtig ist. Wie wichtig ist dir Gebet? Ich glaube, dass wir für die Dinge, die uns im Leben wirklich wichtig sind, auch richtig viel tun. Also das, was uns am Herzen liegt, das ziehen wir auch durch. Also sei das jetzt meinetwegen ein Sport, der dir wichtig ist. Wenn du das tun willst, dann tust du es. Und deswegen ist es so wichtig, dass uns klar wird, wie wichtig ist uns eigentlich Gebet und ist uns bewusst, wie viel es bewirken kann. Dann kann es helfen, dass wir unser Gebet planen. Auch das tun wir mit Dingen in unserem Alltag, die in unseren Alltag hinein sollen oder müssen oder die wir brauchen, die planen wir. Also nochmal das Beispiel für Sport. Wenn dir Sport wichtig ist, wirst du das in deinen Tagesablauf einplanen oder deine Freunde treffen. Wenn dir das wichtig ist, wirst du das einplanen irgendwo und dir dafür Zeit nehmen. Und so können wir es auch mit dem Gebet tun. Wir können uns unsere Gebetszeiten am Tag einplanen und sagen, wir nehmen morgens eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde und die gehört nur Gott und dir. Und es kann auch hilfreich sein, dass du eine Liste führst oder man kann das auch Gebetstagebuch nennen. Also dass du aufschreibst, für wen willst du beten, für welche Menschen willst du beten, für welche Dinge willst du beten. Und dann kannst du sie untereinander aufschreiben und daneben Platz lassen. Und dann auch notieren, was ist wann geschehen. Ich habe zum Beispiel sehr lange für einen Menschen gebetet und dieser Mensch stand auch immer wieder in meinen Listen. Viele, viele Jahre. Und jetzt, nach vielen Jahren, geschehen Dinge in dem Leben dieses Menschen, wo ich einfach nur sagen kann, dass Gott wirkt. Warum das so lange gedauert hat, weiß ich nicht, aber ich sehe, dass jetzt etwas passiert. Und es kann einfach helfen, wenn du dir die Namen von den Leuten aufschreibst, die dir am Herzen liegen, damit du eben ganz treu im Gebet für sie einstehen kannst. Und wenn du immer auch einträgst, was Gott getan hat, für die Menschen, für die du betest, für die Dinge, für die du gebetet hast, aber auch wenn es um deine alltäglichen Bedürfnisse geht, wenn du dir das notierst, dann wirst du rückblickend viele, viele kleine und auch große Wunder sehen. Viele Dinge, die wir vielleicht sonst vergessen würden, dass wir irgendwann einmal für sie gebetet haben. Und ich finde das total ermutigend zu sehen, wo Gott in unserem Leben gewirkt hat. Und das dürfen wir übrigens auch gern anderen erzählen, weil das auch für andere sehr ermutigend ist. Und jetzt möchte ich dir noch einmal zum Schluss die Aufforderung von Paulus vorlesen als Ermutigung. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und für alle anderen, denke ich, dürfen wir auch gerne im Gebet eintreten. Und mein Gebet ist, dass Gott dich segnet und dass du viele große und viele kleine Wunder erlebst, wenn du Gott bittest. Sei gesegnet.